hey leute herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute schauen wir uns 10 ebay kleinanzeigen fails an es wird zu heftig also bleibt auf jeden fall dran und es wird billig also der erste fail kommt jetzt ja erstmal kauft den duden ja auf jeden fall brauchst du einen duden und jahr zehn euro verhandelbar ich würde einen centern verhandeln ja natürlich wird sich jeder kaufen ist auch nur zweimal hingefallen also von daher top quality ist das weiß gefällt mir würde ich mir kaufen auf jeden fall für drei centern ja das passt super gönne ich mir direkt ja gut also dieser typ oder die diese frau kann gar kein deutsch oder englisch beides kann sie nicht hava board mit akku ladekabel hallo ich verkaufe ein hava board von meine kind wie es und rot farbe ja hava board wird sagt komplett anders geschrieben aber ich glaube die mark kein englisch ja und wie es und rot farbe ich glaube die meint weiße und rote farbe also kauft ihr wirklich in wörterboden irgend so was ja gut da brauche ich eigentlich gar nichts zu zu sagen würde ich mir kaufen auf jeden fall zwei bratwürstchen zu verschenken sind über von gerade wer hat hunger ja in zwei jahren wenn die auch natürlich auch haltbar sein und jeder wird sich die kaufen beziehungsweise wird sich die gönnen sind ja zu verschenken scheinlich müssen manche da noch drei jahre fahren oder so schön warme bratwürstchen lecker laptop defekt also ich glaube ein display braucht kein laptop also man braucht ja nur die tastatur wofür braucht man ein display warum braucht man das auch keiner warum das war ganz ehrlich und zwar auch 20 euro verhandelbar ist auch perfekt laptop defekt ist auch super beschreibung perfekt ja jeder hätte zwar erwartet dass ein kleiner kratzer oder so was drin ist im bildschirm oder der bildschirm nicht mehr angeht oder irgend sowas dass man noch mal reparieren reparieren kann aber einfach kein bildschirm weiß keiner braucht den bildschirm man braucht nur die tastatur perfekt so während wir jetzt weiter gucken könnt ihr meinen kanal kostenlos abonnieren und ein like dann lassen ja auf jeden fall falls euch solche videos gefallen schreibt das in die kommentare und like das video auch das kriegt ne 1 plus von mir nicht nur gott ja das sind cornflakes für 18 euro verhandelbar die werden auch verschimmelt sein vor allem die milch wird etwas widerlich schmecken und diese dinge wenn auch übelst aufgeweicht sein also dass der cornflakes verkauft ist halt super perfekt ja handzahm und cool ihr wisst bescheid ja kevin das hast du wieder top gemacht nice applaus applaus kevin lecker lecker schmecker knicks die abgelocken top top quality high quality perfekt gönnt euch hier auf jeden fall nicht ich würde es mir nicht holen so spiderman figur mit funktion also auf jeden fall der typ kann gut deutsch ja ich verkaufe eine spiderman figur er hat zwei knöpfe mit dem einen wird gesprochen und mit dem anderen dreht sich das handteil und ist leuchtet mit eu ja er kann gut deutsch wird sich jeder gönnen vor allem auch für 15 euro hat wahrscheinlich nur zehn euro oder sowas gekostet ist auch nicht verhandelbar und deutsch ist englisch und deutsch ist auch am start gönnt ihr euch das und auf satzzeichen hat er natürlich auch keinen bock der typ ist der beste deutsch deutsch sprecher und keine ahnung ok kostenlos auto komplett mit katz und zweimal karas und zweimal karas zur rü herz rü karas zur rü karosserie der typ der ist richtig krass mein gott ja der typ hat auf jeden fall sein leben nicht gecheckt der hat ein kaputtes auto ja mit kath und Karasörü. Also auf jeden Fall wird sich jeder schenken lassen, ein kaputtes Auto mit Karasörü. Nee. Karasörü. Ja. Ja. Ich kauf dir einen Duden oder irgend sowas. Bauklötze. Sehr sauer. Sehr gut im Zustand. Sehr sauer. Lecker. Könnte ich mir jetzt reinhauen so ein paar Bauklötze, die sauer sind. Ja, lecker. Ich hoffe, die sind so sauer wie mit Zitronen oder sowas. Sehr gut im Zustand auch vor allem. Bro. Ich check deine Lage nicht. Als nächstes. Soda Scream. Ah! Soda Scream! Ah! Scream! Ah! Also. Es gibt echt Leute. Puh! Was ist das? Ein Soda Scream. Würde ich mir gönnen, Körper. Und vor allem 50 Euro. Lecker. Küche ohne Gräte. Ja, ich glaub, der meinte Geräte. Ja, aber... Was soll man machen? Die Gräte ist leider nicht mehr dabei. So schade, dass die Gräte nicht mehr dabei ist. Da muss ich meiner Schwester Gretel gleich Bescheid sagen, dass sie sich eine Küche ohne Gräte kaufen kann. Ich hab hier eine Küche ohne Gräte kostet auch nur 100 Euro. Für alle, die kein Deutsch konnten oder kein Englisch, ja, kein Deutsch konnten, ähm, gibt's hier jetzt den Call of Doodle, das neue Spiel des Jahres. Modern, Modern, Modern Rechtschreibung 2, den guten alten Call of Doodle, das beste Spiel, das allerbeste, Modern Rechtschreibung 2, perfekt für alle, die diese Fails gemacht haben. Und vielleicht zufällig das Video schauen. Gönnt euch das hier. Gönnt euch den Call of Doodle. Ja. Und dann würde ich sagen, hey Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, Abonne nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao. Gbps 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 Untertitelung des ZDF, 2020